Ich habe 15 Stunden für diesen Sneaker in Hamburg gecampt. Ich habe gehört, hier haben einfach nur 8 Paare. Und es war schon richtig spät, doch niemand kam. Kurzes Update, es ist einfach immer noch niemand hier. Dann habe ich noch kurz mein Auto geholt, weil es echt kalt wurde. Zack, zack. Bin mit den Jungs zur Tanke gefahren, um was zu trinken, was zu snacken zu holen. Weiter ging es dann zu Burger Heroes, einem sehr guten Burgerladen. Die Smashburger dort sind wirklich sehr gut. Aber ich habe diesmal den Chickenburger ausprobiert. Sag mal bitte nochmal, was ist da drauf? Quacamole, hä? Am nächsten Morgen haben wir dann die Campingstühle ausgepackt. Haben uns vor den Store gesetzt und es kamen auch immer mehr Leute dazu. Nachher waren, glaube ich, so um die 20 Leute da. Und dann waren wir im Store. Man musste den Schuh anprobieren, um ihn kaufen zu können. Und er musste einem passen. Zum Glück hat er mir gepasst und ich konnte ihn also kaufen. So Jungs, wir haben jetzt auf jeden Fall das Paar bekommen. Das ist hier in dieser nicen Box. Mal den Deckel ab. Das ist die Box. So sieht das Ding hier aus, ne? Das geht mal rein, ne? Das ist das Ganze aus. Hat sich also in dem Fall für mich gelohnt, die ganze Nacht hier zu stehen. Sehr, sehr geiles Ding. Ich freue mich sehr über den Schuh. Wie findet ihr das Ganze? Schreibt es in die Kommentare und danke fürs Zuschauen.